Nicht irgendein technischer Analyst, sondern der Vorstandsvorsitzende des Verbands Technischer Analysten Deutschlands ist jetzt hier bei mir, Dr. Gregor Bauer nämlich. Und es ist die Gelegenheit natürlich auch Sie nochmal zu befragen nach dem aktuellen Zustand des Marktes aus Ihrer Sicht. Wo liegen Ihre Schwerpunkte im Moment? Ja, investitionstechnisch eher in Europa. Mit dem Hintergrund, dass wir in Europa von der Bewertung her noch unter den Amerikanern liegen. Bekanntermaßen Amerikaner notiert auf dem All-Time-High-Europa, Deutschland insbesondere weit drunter. Also die Fantasie geht jetzt in die Richtung Europa und die Fantasie geht auch in die Richtung, was kann durch den jetzt schon flizitierten Trump-Effekt eben noch in die Märkte kommen? Meine ganz wichtige Frage zur Einordnung erstmal zu Beginn. Wenn wir von technischer Analyse sprechen, ist das nur die berühmte Chart-Technik oder fließen da noch mehr Faktoren mit ein, als viele vielleicht glauben? Es ist ein umfassendes Instrumentarium. Technische Analyse als solche bedeutet, wir schauen uns den Markt an. Fundamentalanalyse bedeutet, wir analysieren Unternehmen, Märkte im Hinblick auf Rentabilität, Gewinnaussichten und so weiter. Das, was dann die Investoren umsetzen im Markt, beispielsweise eine Investmentbank gibt einen Kurs von 100 Euro raus und die Märkte handeln da drauf, dann sehen wir die Bewegung ja im Chart und Chart-Technik zeigt uns, wo Märkte ihre Wendepunkte haben. Nennen wir Unterstützung unten und Widerstand oben. Aber das ist extrem wichtig und dann haben wir noch technische Indikatoren, die uns sagen, ist eine Bewegung vom Momentum her stark oder schwach? Und das kombinieren wir. Das heißt, wir haben einen Werkzeugkoffer, der übergeordnet technische Analyse heißt, aber aus verschiedenen eigenen Werkzeugen besteht, die man kombinieren muss. Um dann Trends zu erkennen, aufzunehmen und diese dann natürlich auch zu handeln. Und Sie haben es schon angedeutet, Europa, beziehungsweise der deutsche Markt vielleicht sogar, der steht für Sie im Moment im Fokus. Da sehen Sie Aufruhpotenzial. Wollen wir da noch ein bisschen konkreter werden? Ja, der deutsche Markt, wie auch der US-Markt, läuft im Moment eher seitwärts. Also in den letzten Wochen waren so diese Trump-Unsicherheit. Die Frage ist jetzt, ist es denn gerechtfertigt, dass der Markt deutlich nach unten kommen würde? Also das Szenario, muss man sich erstmal überlegen. Meiner Meinung nach nein. Warum? Die Europäer, insbesondere die Deutschen, stehen ja konjunkturell wirtschaftlich nicht schlecht da. Ja, mit anderen Worten, Investoren müssen jetzt nur nach der Trump-Unsicherheit wieder Mut fassen und sagen, okay, wir investieren jetzt. Im Moment haben wir ja quasi den Investitionsstau. Die kaufen ja nicht. Aber wenn das wieder kommt, dann wird der Chart, und ich rede jetzt wieder von der Chart-Technik, neue Hochs bilden, dann wird der Markt eben auch das bisherige Allzeithoch angreifen. Aber dann wird es eng, denn Allzeithochs sind traditionell erstmal Kurs, die werden nicht so leicht durchbrochen. Also meine Idee für den deutschen Markt wäre, dass wir in den nächsten Monaten, vielleicht nach einem Rücksetzer, dann doch Richtung des Allzeithochs laufen werden. Das muss nicht morgen sein, aber auf Sicht von einem halben Jahr bis Jahr, denke ich, werden wir da sein, ja. Und dann müsste man sich die Situation neu betrachten. Dann kommt es darauf an, ob das Allzeithoch geknackt wird oder eben nicht. Und dann muss ein technischer Analyst wie Sie natürlich nochmal die Facetten dann neu beleuchten. Wollen wir mal aber bis dahin auf dieser Wegstrecke vielleicht noch ein paar andere Anlageklassen besprechen. DAX, haben Sie schon so eine Prognose genannt? Wie sieht es denn zum Beispiel für unseren Euro aus? Der Euro. Also für den Euro sehe ich eher schwarz, will sagen, sehe ich eher Schwäche gegen den Dollar. Warum? Könnte den DAX ja auch stützen dann am Ende, würde passen, ne? Durchaus, durchaus, ja. Das ist nämlich genau der Witz an der Sache. Die Amerikaner, also Trump mit seiner Politik, wird hier aller Voraussicht danach sorgen, dass der Dollar stark bleibt. Stichpunkt Zinserhöhungen, gewollt, vielleicht mehr als Jellen sie will, die wahrscheinlich auch eh nicht mehr lange im Amt sein wird, weil sie ja mit Trump über Kreuz steht. Stichpunkt eben Wirtschaft. Wenn die Maßnahmen, sagen wir mal, greifen, die Trump ja in Aussicht gestellt hat, dann wird auch die US-Wirtschaft, Stichwung, Steuersenkung, Infrastrukturmaßnahmen, wird ja florieren. Das alles stakt den Dollar. Das Blöde für Trump ist, das hat er ja auch mittlerweile erkannt, ein starker Dollar wiederum seine Bemühungen konterkariert, unsere Exportchancen aber wieder erhöht. Ich denke, dass diese Parität-Fantasie, wie man sie vielleicht letztes Jahr noch genannt hat, durchaus in 2017 Realität werden könnte, denn so weit sind wir von der Parität gar nicht mehr entfernt. Und wenn das Szenario Trump-Effekt weiter sich so entwickelt, dann werden wir in 2017 auch die Parität nochmal sehen, denke ich. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch ehrlich feststellen, dass seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten der Dollar sich ja schon kräftig bewegt hat. Der Euro ist zum Dollar um acht oder neun US-Cents schon gefallen in den vergangenen Wochen seit der Wahl von Donald Trump bis zu seiner Vereidigung. Und darüber hinaus ist der Dollar-Index, also der gegenüber vielen anderen Weltwährungen den Trend des Dollars anzeigt, auch auf einem Mehrjahreshoch. Also wie viel der Bewegung ist denn da vielleicht sogar schon gelaufen? Ist es, ist es schon. Aber was man nicht vergessen darf, ist, wir haben ja die Bewegung gesehen aufgrund des Trump-Effektes, aber wir werden die Bewegung, wenn es so kommt, aufgrund des Zinseffektes noch verstärken. Also mit anderen Worten, währungstheoretisch sind natürlich steigende Zinsen an dem Land gut, in Anführungsstrichen, für die Währung, ziehen Kaufkraft in die Währung rein. Das heißt, wenn die Zinserhöhungsrunden kommen, wird das dem Dollar, denke ich, nochmal Auftrieb geben. Ein steigender Dollar ist ja nicht so gut für diejenigen, die in Gold investieren wollen, weil das natürlich den Goldpreis ausbremst durch die negative Korrelation, durch diesen Zusammenhang. Wie schätzen Sie trotzdem das Edelmetall ein? Ich bin skeptisch. Also ich bin jetzt kein Gold-Euphoriker. Natürlich haben wir gesehen, dass Gold sich jetzt wieder stabilisiert hat. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir sich überlegen von der fundamentalen Seite, Sie haben es angesprochen, Gold ist natürlich stark beeinflusst von den Zinsen, sagt uns bereits natürlich, Höhere Zinsen, schlecht für Gold, gar keine Frage. Höhere, starker Dollar, schlecht für Gold, wird teurer. Und all das sehen wir ja im Moment mit anderen Worten. Ich sehe die Dollar-Fantasie weniger im Hinblick darauf, dass Anleger jetzt sagen, oh, alles so unsicher, wir stürzen in Dollar als Krisenwährung. Dollar war in den letzten Jahren nie mehr eine Krisenwährung. Sonst wäre Dollar viel, viel höher gestanden. Sondern der Dollar, äh, Gold meine ich, Entschuldigung, Gold viel höher gestanden. Sondern Gold notiert immer so im Bereich, so mal 1200, mal ein bisschen 1100. Aber es hat nie den Sprung nach oben geschafft. Und ich frage mich jetzt, rein aus der Logik her, warum sollten jetzt Investitionen in Gold erfolgen, aus welcher Motivation der Anleger raus? Und das sehe ich keine. Ja, es gibt den Punkt der Inflationsfantasie. Wir sehen ja steigende Inflationsraten auch durchaus hier in der Eurozone. Natürlich bedingt auch durch die Energiepreise etc. Aber das könnte ja dann schon wieder den einen oder anderen dazu motivieren, dann durchaus mal, sagen wir mal, den Anteil des Goldes im Portfolio zu erhöhen. Und ja, allerdings, diese Inflationsfantasie ist zum einen meiner Meinung nach schon ein bisschen ausgelebt, dadurch, dass Gold ja gestiegen ist. Sind jetzt die Werte rausgekommen? Wir haben ja gesehen, wir haben einen deutlichen Anstieg der Inflation gehabt in Deutschland. 1,7, Europa 1,1, USA 1,9 im Verhältnis zum Dezember 15, 16. Aber das ist meiner Meinung nach schon drin. Und wenn man sich mal anguckt, Inflation, die Kerninflationsrate, die ist ja nicht stark gestiegen. Die Inflation ist gestiegen durch die Energiepreissteigerung. Aber die Energiepreissteigerung ist durch. Wir werden keine weitere Ölpreissteigerung in dem Bereich mehr sehen. Weil die Produktionskosten deutlich gesenkt wurden, es wird keine Ölpreissteigerung deutlich mehr durchgedrückt werden. Das heißt, die Inflationsrate in den nächsten Jahren sehe ich eher wieder sinken. Das heißt, es wird keine Motivation geben, auf Basis der Überlegung, Inflation auf sich 2017, 2018 jetzt in Gold zu investieren. Wo könnte denn da die Obergrenze sein, sagen wir mal beim Brand Crude Oil zum Beispiel? Ich denke, da sind wir. Man kann ja zeigen, dass die Produktionskosten, zum Beispiel der Fracking-Industrie, und das hängt ja WTI, Brand, das hängt ja zusammen. Das ist ja, die sind ja nicht unabhängig voneinander, mit einem gewissen Gap natürlich, aber sind doch schon gelinkt. Also die Fracking-Industrie in den USA, die ja sehr mächtig war, bevor der Ölpreis stark gedrückt wurde, hat ihre Kosten dramatisch senken können. Und die Produktionskosten sind jetzt wieder so, oder die Kosten sind so gesunken, dass ein Ölpreis, wie er jetzt existiert, und ich sage mal grob 55, vielleicht bis 60 Dollar, wieder sehr profitabel sind. Und ich denke nicht, dass der Ölpreis deutlich über diese Marke hinaus steigen wird, sondern eher, denke ich, dass die OPEX wieder zerstreitet, dass die wieder anfangen zu fördern und dass der Ölpreis eher wieder runtergeht. Das ist dann nochmal, wie man auch lesen konnte, auf 70, 80 steigt. Ich persönlich glaube nicht daran. Also aus Ihrer Sicht mehr Abwärtspotenzial als Aufwärtspotenzial? Im Öl ja. Im Öl. Okay, gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, das ist gerade mein heimlicher oder unheimlicher Favorit jetzt für die kommenden Monate? Also Favoriten, wenn man mal so den Trump-Effekt ansieht, sollten sich Anleger mal Werte anschauen, die unmittelbar davon profitieren würden, wenn denn diese Infrastrukturprogramme umgesetzt würden. Das wäre zum Beispiel eine Caterpillar, um mal auf US-Werte zu gehen. Also der führende Baumaschinenhersteller in den USA, der würde unmittelbar davon profitieren. Vielleicht eine Überlegung wären auch US-Banken. Ich betone US-Banken, die ja anders als die deutschen, europäischen Banken jetzt einer anderen Gesetzgebung unterliegen und jetzt unter Trump eher eine Deregulierung erfahren würden. Wenn dann noch die Zinsen steigen, hätten wir neue Fantasie für US-Banken. Sind aber auch schon gut gelaufen. Sind gut gelaufen, aber wenn die Fantasien umgesetzt würden, nehmen wir an Zinssteigerungen und so weiter, das neue Geschäftsmodell wäre ja dann wieder, es würden Banken erlauben, über Zinsen Geld zu verdienen, weil sie jetzt nicht, weil sie jetzt de facto tot ist. Dann sehe ich auch für Banken noch Potenzial. Das ist jetzt kein Billig-Pick wie Deutsche Bank beispielsweise. Das ist ein anderes Thema. Auch eine Goldman Sachs, denke ich, wäre an Bankenseite auf Sicht des nächsten Jahres durchaus eine Empfehlung. Wenn wir dann aber als deutscher Anleger im Hinterkopf haben, was Sie am Anfang gesagt haben, nämlich, dass Sie Abwärtspotenzial beim Euro zum Dollar sehen, müssen wir das schon berücksichtigen? Auch bei Investitionen in amerikanische Werte? Oder können wir das da vernachlässigen, weil die Kursanstiege, die Sie erwarten, das überproportional kompensieren würden? Das wäre dann ein bisschen Gurutum, ja, ist klar. Da haben Sie völlig recht, mit Unsicherheit belegt. Ich muss ja nachhaken, ich bin ja nicht zum Spaß hier. Wir haben natürlich immer eine Währungsunsicherheit, gar keine Frage. Also, vorausgesetzt immer, ja, wir haben Währungsrisiken, aber Sie sagen es richtig. Ich denke, dass die Kurspotenziale von erfolgsversprechenden Aktien, wie zum Beispiel Baumaschinen, ich kann gleich noch andere nennen, höher zu bewerten sind als eventuelle Kursverluste. Denn der Euro wird auch nicht, und der Dolle wird nicht in den Himmel steigen, der Euro wird auch nicht ins ländliche abstürzen. Auch da gibt es Grenzen. Das heißt, dass ich da eher die Seite, die Währungsseite auf längere Sicht positiv sehe. Aber ich habe noch ein paar Ideen, was Sie nachgefragt haben. So der nächste, ich habe das vorhin mal Industrie 4.0 genannt, die nächste Fantasie, nämlich die Roboterindustrie. Roboterindustrie, da sind wir in Deutschland jetzt gar nicht so mit dem Thema beschäftigt. In den USA gibt es da Werte, wie Teradyne zum Beispiel, ein bekannter, auch großer Wert, auch in Deutschland handelbar, sich zunehmend mit dem Thema Herstellung, Systemierung, Programmierung von Robotern beschäftigt. Und jetzt nicht nur Roboter, wie wir sie kennen, irgendein Schweißroboter an einem Autofließband, sondern intelligente Roboter. Man nennt die Collaborative Robots. Also Roboter, die unmittelbar mit uns zusammenarbeiten, ein ganz neues Forschungsfeld. Und da, denke ich, wird die nächste, man sagt schon, industrielle Revolution kommen. Also erst die Dampfmaschinen und jetzt die Roboter. Das ist aber keine Fantasie, die aus der Luft gegriffen ist. Also ich denke, diese Firmen, übrigens eine Infineon kann man im weiteren Sinne auch in den Bereich einordnen, in das Thema. Alle, die damit beschäftigt sind, werden in den nächsten Jahren, glaube ich, überdurchschnittliche Gewinne erzielen. Und dann, um mal auf Teradyne zu kommen, ein US-Unternehmen, oder Cognix, ein weiteres US-Unternehmen, denke ich, wird die Kursfantasie bei weitem die Währungsrisiken outperformen. Gerade bei Infineon sieht man ja schon, dass die sogar von den Assistenzsystemen in vielen deutschen Automobilen zum Beispiel schon jetzt profitieren. Also ich halte sehr viel von Infineon. Ist ein Wert, der noch mehr profitieren wird, wenn eben, wie gesagt, dieses Thema Robotik, das dem Infineon ja auch als Zulieferer dranhängen würde, richtig in den Fokus gerät. Und das wird 2017, 2018 und weiterhin der Fall sein. Ich könnte stundenlang noch mit Ihnen weiterplaudern, aber wir wollen es heute nicht zu lang werden lassen. Ganz herzlichen Dank für diese auch sehr konkreten Einblicke und Empfehlungen. Damit können unsere Zuschauer sicherlich auch viel anfangen. Und da würde ich sagen, schauen Sie sich die Werte einfach mal an und dann entscheiden Sie nach Ihren ganz persönlichen Meinungen natürlich, ob Sie die Ideen von Dr. Bauer umsetzen möchten oder eben dann vielleicht im einen oder anderen Fall auch nicht. Dankeschön, Herr Dr. Bauer. Dankeschön, Herr Dr. Bauer.